willkommen zurück zu einer neuen folge splatoon und ja wie beim letzten mal versprochen gehen wir noch mal in den multiplayer rein wir haben uns ja beim letzten mal das scharfschützengewehr gekauft und wollen mal schauen wie sich es damit jetzt spielt damit werden wir ja wohl kaum groß fläche einfärben das war ja mit dem plex roller beim letzten mal dann doch eher der fall dieses mal gehe ich mal davon aus kümmern wir uns dann eher um die anderen spieler und hindern die daran fläche einzufärben und wenn man spieler eliminiert töten will ich jetzt nicht sagen töten klingt irgendwie so brutal das macht man ja in dem sinn nicht ja eliminiert dann färbt man ja damit auch immer fläche ein wo die stehen von daher schauen wir einfach mal wie das jetzt laufen wird ich weiß noch nicht wie gut ich damit sein werde mit dem sniper gewährchen mit dem controller und wie schwer sich das überhaupt steuern lässt ja wir haben leider schon wieder die map das ist ein bisschen ärgerlich muss ich jetzt einfach mal gestehen so wir haben einen tintenroller auf jeden fall und die haben zwei so richtig schön mit ihnen muss also wir färben irgendwie fläche vor uns ein wenn ich das richtig sehe oder haben wir denn ja also wir färben hier so ein bisschen fläche vor und sein was war unsere granate ok und granate ist nur ganz normal stinknormale granate da ist doch einer das gibt es doch nicht irgendwie bin ich gefangen oder was ist das genau auf jeden fall sind wir ganz schön hinten dran ich treffe nichts so jetzt haben wir endlich mal ein vielleicht muss ich mir auch einfach mal so eine erhöhte position holen das einfärben können wir auf jeden fall vergessen das lohnt sich gar nicht ich weiß noch nicht was dieser ring um mich zu bedeuten hat jetzt treffe ich nicht gibt es doch nicht ach ja ich habe eine erledigt mit meiner granate nice ich möchte mal nach da oben komme ich durch das blaue durch ja funktioniert ich habe das gefühl dass meine team kameraden dann nicht so viel von halten vom einfärben meiner thema steht vorbei keine tinte gegner gegner kann ich darunter schießen komm schon damit nein wie sie beide weggekommen sind ja das sollte ein blues werden ja aber ich bekomme ja auch nichts hin also ich darf mich nicht beschweren das war gar nichts ich meine wir werden damit jetzt auf jeden fall noch eine zweite runde spielen mit dem sniper gewehr aber das ist nicht meins sage ich jetzt einfach mal ich weiß jetzt auch nicht ob ich den anderen wie wir sie an denn hier die tode aus ich habe zwei kills gemacht und nun mal gestorben ist jetzt nicht so dass die anderen so mega daran gehindert worden sind irgendwas zu machen also ja ich weiß nicht ich glaube die hätten die meine mitspieler hätten irgendwie auch noch besser sein können sage ich jetzt einfach mal ich bin da nicht alleine dran schuld immerhin bin ich nicht gestorben aber gut ich war ja auch sniper von daher da habe ich mich ja relativ zurückgehalten wir haben eben das noch gesehen bei dem screen wo dann xp verteilt wird wird dann auch so gesehen punkte für die kleidungsstücke vergeben und da war ja jeweils so ein fragezeichen noch mit drin und ja das heißt da kommt noch eine zweite spezialfähigkeit dann dazu das haben wir bei den anderen rüstungsgegenständen ja schon mal gesehen dass da noch was zweites war oder auch eben beim ein oder eben was heißt eben war in der letzten folge beim einkaufen hat man das fragezeichen vielleicht gesehen wenn man darauf geachtet hat und ja da kommt dann auf jeden fall so gesehen noch was dazu wir wissen ja okay es gibt irgendwie laufgeschwindigkeit wird erhöht etc so ich finde hier dieses was was die da haben wir sind diesen diesen pinsel finde ich extrem cool den würde ich gerne mal spielen und ich glaube dafür muss ich noch höher kommen im level oder hinter mir ist einer hinter mir ist einer und dem ist es mal oh gott wir verfehlen uns beide war das knapp haha ich habe sogar zwei erledigt nice ich glaube den einen habe ich mit schuss getroffen also wir färben hier das noch mal ein ist das hier dann kann man das auch ein fern ja guckte faktor kam ich kann da eben nicht drüber auch komm schon nein da haben sie mich da hat er mich diesmal gesnipert bekommen wie sieht das von der karte aus so relativ ausgeglichen ich reg das immer auf wenn hier vorne oder bin direkt am start schon die sachen nicht eingefärbt werden da sind doch gerade die mit dem roller also den ich in der letzten folge gespielt habe optimal für geeignet komm schon komm schon komm schon gibt es doch nicht wie ich den ich bekomme jetzt aber nein jetzt das hat aber auch gedauert sehr gar nicht richtig ja also einfärben ist mit dem sniper gewehr nicht optimal oh gott hinter mir ist einer gelandet shit ich wollte die granate eigentlich unter mich fallen lassen da würde ich warten bis er knapp vor mir steht aber das hat nicht ganz so funktioniert da sieht man dann übrigens auch die gegenstände seiner feinde was die für das setzt drauf haben wenn ihr da vielleicht sterbe ich nochmal für sich eigentlich nicht hoffen will aber dann können kann man da noch mal drauf achten mal drauf achten ich bin ich auch schon mal drauf und hier wäre noch ziemlich cool Oh, keine 2%. Wie bitter. Das ist echt ganz bitter. Schade. Sieht's killmäßig aus. Vier Kills, zwei Tode. Wir hatten einen, der gar nichts gemacht hat. Na super. Ja, da sieht man das unten jetzt bei der Ausrüstung, was ich meine. Da ist so ein XP-Walken nochmal. Und ja. Ja. Wir suchen uns jetzt nochmal eben eine zweite, eine andere Waffe aus, die wir beim nächsten Mal nutzen, weil Snipern ist, auch wenn ich gerade 4 Kills gemacht habe, ist Snipern dann doch nicht so ganz meins. Welches ist denn die Waffe, der Waffenladen? Das hier? Kann man schlecht erkennen, was da jetzt, ne, das hier ist der Mützenladen. Mütze, wir wollen nochmal nach einer neuen Waffe schauen. Die hier hat eine Haftbombe und die Bazooka so gesehen. Feuerrate relativ hoch. Und, ähm, Feuerkraft. Alles relativ mittel eigentlich. Ist so ähnlich wie der... Ist genauso wie der Kleckser von den Stats her. Man hat dann nur andere Special-Dinger. Na gut. Hier haben wir dann übrigens, sehen wir schon mal so etwa, was noch auf uns zukommt. Ah ja, hier auf Stufe 8 gibt es diesen Pinsel. Oh ja, da gibt es aber... Wow. Wann gibt es das letzte? Auf Stufe 20 gibt es das letzte. Alles klar. Die hier sind schon im Besitz. Wie gesagt, wir kaufen jetzt nochmal eben... Das Ding hier. Legen das auch direkt an. Und... Spielen damit dann aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zusehen. Würde mich wie immer über einen Kommentar freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen da. Bis dann!